Als erstes Gänsehaut im ganzen Körper gehabt. Ich bin da oben in unserer Wohnung rumgekopft, eigentlich wie ein kleiner Junge und hab mich gefreut. Marcel Russi und sein Renault 5 Campus. Gerade bringt er eine neue Motorhaubenhalterung an. Es ist eigentlich nur für die Optik, dass ich den Halter, dass das halt verchromt ist, dass es schön aussieht. Jedes Detail ist ihm wichtig. Dass er heute wieder an seinem Auto schrauben kann, verdankt er einem großen Glücksfall. Doch von Anfang. Das Auto hat Marcel Russi als 18-Jähriger zufällig in der Nachbarschaft entdeckt. Dann hab ich mir dann geschnappt. Die Ecke, die Kante. Ja, irgendwie hab ich mich dann in das Auto verliebt. Ich hab dann mal angefangen, eine Musikanlage reinzubauen. Wenn man das halt so macht, mit 18 und ganz normal rumgefahren und dann bei uns in der Berufsschule, hab ich halt dann die getunten Autos gesehen und das hat mir halt gefallen. Und dann hat das halt nacheinander alles so angefangen mit dem Tunen. Marcel Russi hat das Auto in Einzelteile zerlegt und nach seinen Vorstellungen aufgemotzt. Tiefer gelegt, einen stärkeren Motor besorgt, einen Überrollkäfig eingebaut. Der Renault wird zum Rallye-Flitzer. Dann, mit 22, wurde Marcel Russi Vater. Und es musste ein größeres Auto her. Schweren Herzens musste er sich von seinem Renault trennen. Boah, ganz schlimm. Ganz schlimm. Also ich bin, ehrlich gesagt, wie ein kleiner Junge auf der Straße gesessen, hab dem Auto nachgeschaut und mir sind die Tränen gelaufen. Das hat mich halt die ganzen Jahre nicht losgelassen. Und ich hab immer wieder an das Auto denken müssen und hab mir auch immer die Fotoalpe von früher damals angeguckt. Immer wieder schaute er sich in Verkaufsportalen um. Lars in Internetforen wollte sein Auto wiederfinden. Bis er eines Tages nach 20 Jahren durch Zufall in einer Facebook-Gruppe fündig wurde. Das ist mein Auto. Also ich hab mal die Fotos dann auf dem Handy halt größer gesoomt und hab dann gesehen, ich hab hinten so Scheibengravuren dran. An denen hab ich's einmal erkannt und an den Verbreiterungen von den hinteren Kotflügeln. Da wusste ich, das ist mein Auto. Der Pfälzer fand heraus, mehrmals hatte es den Besitzer gewechselt. Erst ging es nach Luxemburg, dann ins schwäbische Rottweil. Sind wir da hingefahren, haben uns das Auto angeschaut und dann hat mir der Verkäufer das Angebot unterbreitet, weil er mir gehört hat und ich das Auto eigentlich gebaut hab, ob ich ihn nicht wieder zurück haben möchte. Und dann hab ich ja, hab ich eigentlich sofort zugeschlagen. Für etwa das gleiche Geld, das er vor 20 Jahren dafür bekam, kaufte er sich sein Renault zurück. Die zwischenzeitlichen Eigentümer hatten einiges verändert. Ein weißes Armaturenbrett eingebaut, einen anderen Schaltknüppel, braune Türverkleidungen. Marcel Russi will das Auto wieder in den Zustand bringen, in dem es vor 20 Jahren war. Das einzige, das anders sein wird, der kleine Renault ist inzwischen ein Oldtimer mit H-Kennzeichen. Fahren lässt er sich aber noch wie damals. Einfach ein geiles Feeling. Der Klang, alles. Man merkt die ganze Straße. Wenn man auch will, kann man auch ein bisschen schneller fahren damit. Wobei ich das eigentlich nett mache.